Ein Junkie ist immer für sich selbst. Klamotten, Essen, alles gibt's hier mehr wie genug. Keiner muss hier leiden. Keiner ist hier ein armer Junkie. Keiner ist hier am sterben. Ja. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welcher wär das? Klar, wenn du total besoffen hier zum Automat gehst und da 500 Euro rausholst, dann kann ich sie dir abnehmen. Wir haben hier einmal die Alex. Wir haben bereits mehrere Videos mit Alex gedreht. Ich werde euch diese in der Infobox verlinken. Und jetzt wollten wir ein Update-Video mit Alex machen, wie es hier momentan geht, was die letzten Wochen passiert ist. Und dann würde ich dir mal das Wort überlassen, Alex. Erzähl mal, was ging so die letzten Wochen ab bei dir? Also eigentlich ist alles so ziemlich beim Alten geblieben. Okay. Bist du momentan noch auf der Straße? Nein, ich lebe zur Zeit bei meinem Ex-Freund. Also jetzt ist es mein Bekannter, ja. Da habe ich ziemlich Glück. Ich wohne da an der Messe. Wie ist es mit den Videos, Alex? Wurdest du bisher so auf die Videos angesprochen? Hat dir mal Feedback gegeben oder so? Ähm, ja manchmal wird man dann so angesprochen, aber eigentlich ziemlich positiv, also nicht so negativ oder so. Meistens waren die Leute positiv. Ab und zu kriegt man auch so Geld geschenkt oder so. Okay. Du hast mir ja gerade erzählt, dass du am Schnorben warst und jemand dir einfach 50 Euro geschenkt hat. Ja, Mann! Geil, oder? Ja, und sonst ist es auf jeden Fall fitter aus. Echt? Würde ich behaupten, ja. Oh, danke. Es ist auf jeden Fall besser aus. Ja, das könnte schon daran liegen, dass ich was Festes habe, wo ich immer wieder, also wo ich, ja. Okay. Wenn man was Festes hat, wo man schläft und so. Okay, okay. Und sonst, wie geht es dir momentan? Bist du glücklich? Was heißt glücklich? Ja, ist alles ganz okay so, ja. Mit meinem Freund habe ich gerade den Stress ein bisschen zu müssen. Wie kommst du über die Runden? Läuft alles so weit? Es läuft hier scheiße. Ja. Richtig scheiße. Alles richtig beschissen. Voilà. Total kaputt, kaputt. Hier ist gar nichts mehr los. Gar nichts. Gar nichts. Ist voll schlimm geworden am Bahnhof, ne? Aber richtig. Aber richtig. Wie würdest du sagen, also wie hat sich die Lage seit dem letzten Video beispielsweise verändert? Hier am Bahnhofsviertel? Also seit dem letzten Video war es noch nicht so lange. Also so, also wöchentlich wird es jetzt nicht schlimmer, aber es hat sich auch nicht verbessert. Also es ist, ja. Aber wenn ich jetzt so selber hierher komme, merke ich schon, dass seit dem letzten Mal zum Beispiel, wo wir das Video gedreht haben, die Leute ziehen sich gegenseitig ab. Das war ja schon immer so, ne? Aber ich würde sagen, in letzter Zeit ist es noch schlimmer. Was heißt noch schlimmer? Also ich habe ehrlich gesagt recht wenig mit den anderen mittlerweile zu tun, weil das nur Stress und Ärger gibt. Wenn du dich dann wie fünf Minuten zu lange mit jemand unterhältst, dann gibt es am Ende wirklich irgendein Theater, irgendeinen Stress, irgendwas fehlt oder irgendwas ist, ja? Deswegen mache ich eher so mein Ding lieber selbst und ja. Ja, wie gesagt, also ich sehe dich auch immer alleine, oft. Ja, weil das hat auch keinen Sinn, mit jemand anderem was zu machen. Man verdient so wenig, um es zu teilen, ja? Und ich wüsste nicht, was ich da machen sollte, dass ich das da durch... Ja. Hast du Freunde hier in Bahnhofsviertel? Nein. Würdest du sagen nein, niemals? Nee. Hast du mal eine Person gehabt, die du wirklich zu deinem Freundeskreis zählst? Ich dachte ein paar Mal, dass es meine Freunde wären, aber man zahlt eigentlich nur drauf. Okay. Aber meistens ist, wenn das Geld alle ist, ist der Freund weg und ja, es ist halt, ja, ein Junkie ist immer für sich selbst. Okay, also würdest du sagen, hier schaut jeder auf seinen Arsch so? Ja, auf jeden Fall. Jeder guckt, dass er durch die Runden kommt und es wird eher weniger geteilt so. Ja, auf den anderen geschaut oder so. Ja, so würde ich das auch behaupten auf jeden Fall. Mittlerweile kommen auch immer mehr Leute hier ins Bahnhofsviertel und es ist mittlerweile wie Disneyland geworden, würde ich schon sagen. Ja, diese Führungen und so, das ist ja immer so. Das ist krass. Warte, das ist cool, ja, warte mal kurz. Es ist ja immer so, Männer, egal wie ihr, Freitag, Samstag, wenn die zusammen saufen gehen, irgendwann landet ihr immer im Bahnhof, ja? Männer tun alle so, als wären sie noch nie hier gewesen, ja? Und tun so voll erstaunt, ja, obwohl jeder Mann schon seinen gebunkerten Pfuffi hier hatte, ja? Und Frauen tun so, oh mein Gott, wie könnte man das nur machen? Aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder von denen sich schon für ein Bier hat ficken lassen, ja? Also, ja. Korrekt, das sind keine Schlampen, die machen es ohne Geld. Was hältst du denn von dem Ganzen jetzt so, wenn ich dich fragen würde? Als Mensch, der auf der Straße ist, ja? Dass immer mehr Leute hierher kommen. Zum Beispiel das letzte Mal war einer da, ja? Der meinte, der will irgendein Selbstexperiment machen und sagt mir dann nach 10 Minuten, ey, mir ist kalt. Ich so, ja, okay, alles klar, Kollege, ja. Also, dieses, das ist alles nur Heuchlerei und Unsinn. Also, einfach stehst du dazu, du kommst her und machst das und gehst wieder, ja? Aber da irgendwelche Hilfe heucheln oder irgendwelches, äh, ist ja keine Hilfe, was du machst. Du, du, du hast was davon, ich hab was davon Hallas. Ja, natürlich, man braucht die Sachen nicht so drum herum reden. Ja, genau, genau. Aber, ja. Da gibt es ja manche Superhelden im Internet, so auf YouTube, wo... Ja, das ist Unsinn. Also, kein Mensch ist hergekommen, hat irgendeinem gerettet. Du rettest auch kein Junkie, egal ob du ihm jetzt Geld gibst oder kein Geld gibst. Du rettest den nicht, ja. Er rettet sich selber. Ja. Aber wenn er es raus schafft... Ich kann mal so eine kurze Geschichte erzählen. Ich hab mal mit jemandem ein Video gedreht und dieses Video hat dafür gesorgt, dass er von der Straße gekommen ist. Ich würde mir jetzt aber niemals anmaßen, zu sagen, ich hab ihn gerettet. Nein. Weil seine Mutter ist mit dabei, die gelitten hat, geweint hat, ihm gesagt hat, komm von der Straße. Er selber hat Initiative ergriffen. Und da wäre es falsch zu sagen, dieses Video hat ihn von der Straße gebracht, nur weil es diesen Schubser in die richtige Richtung gegeben hat. Weißt du? Ja, das stimmt. Finde ich auch gut, dass du das da nicht so... Nein. Braucht man auch nicht. Aber es gibt manche Leute, die kommen dann her mit... Guck mal, ich hab... Früher, wo ich angefangen hab mit dem Junkie so zu sein, hab ich... Da war ich in der Schiele Straße, ja? Okay. Und da hab ich in Bornheim gewohnt. Und da weiß ich noch, bin ich immer dienstags und donnerstags in so zwei, drei Bäckereien, wo die Feierabend hatten, ja? Und da hab ich als Junkie, hab da diese alten Sachen von der Bäckerei genommen, ja? Und hab die dann verteilt in der Schiele Straße am nächsten Tag. Also es ist keine große Sache, sich hier mit alten Brötchen hinzustellen, sorry. Selbstverständlich, ja. Warte, warte, bei der hab ich ja nix unterschrieben. Also das... Das gibt ja Leute, die kommen hier an, ja? Laufen dann hier im Kreis, ja? Und erzählen irgendwelchen Bullshit von ich tue Sozialarbeit studieren, ja? Weil egal nach was du die fragst, mit nix kann man dann helfen. Mit gar nichts. Egal was ich gefragt hab, nix war dann nix. Ja. Ja, gibt's halt Leute auch, wo sich bestimmte Leute raussuchen und nur denen helfen wollen, weil das halt im Internet gut rüberkommt, weißt du? Ja, aber seid mir nicht böse, aber so eine ***, das ist alles Bullshit. Sorry, aber die zwei reden so ein Bullshit daher, Alter, ich könnte da echt durchdrehen. So eine, so eine Rollnummer, wenn ich jetzt erzählen würde, ich wurde vergewaltigt, ich wurde das, ich wurde das, ich bin 13 Jahre hier, ich wurde noch nie vergewaltigt. Warum nicht? Warum werde ich nicht alle zwei Tage bekloppt beim Schlafen, Alter? Nee, das kommt drauf an, wo du einschläfst oder bei wem du einsteigst. Selbstverständlich. Aber guck mal, du, wenn ich dich jetzt als Person sehe, du bist eine sehr starke Person. Also auch von deiner Persönlichkeit, wenn dich jemand sieht, Probleme zu machen. Klar, mich spricht jetzt so ein Penner nicht an, aber trotzdem, entscheidest du doch selber, wann du da einsteigst oder nicht? Ja, klar, klar. Ich hab da auch nur ein Mitleid. Sorry. Guck mal, du bist ja eine starke Person, du sagst, ich steig da nicht ein. Aber ich würde behaupten, es gibt Personen, die nicht wissen, was richtig und falsch ist und steigen einfach ein. Nein, 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 sowas gibt es. Das ist totaler Unsinn. Also würdest du sagen, dass viele Leute so ihre Geschichte erfunden haben? Natürlich. Im Bezug auf *** beispielsweise. Das ist totaler Bullshit. Okay. Also warum, wenn ich fragen darf? Weil es so etwas nicht gibt. Das ist hier alles nicht so heiß, wenn die Leute gerne draus machen. Also würdest du sagen, es wird eher so ein größeres Ding draus gemacht, als das ist schlussendlich? Ja, es ist hier nicht gefährlich. Man würde es nicht überfallen auf der Straße. Klar, wenn du total besoffen hier zum Automat gehst und da 500 Euro rausholst, dann wäre es so klar, dass ich sie dir abnehme. Weißt du, was ich bei dir gut finde, Alex? Du sprichst die Sachen so aus, wie sie sind. Also du versuchst sie nicht zu verschönern oder so. Und du sagst einfach die Sachen so, wie sie sind. Ja, und es ist hier gar nicht so aufregend oder gar nicht so gefährlich. Schau mal, Klamotten, Essen, alles gibt es hier mehr wie genug. Keiner muss hier leiden, keiner ist hier ein armer Junkie, keiner ist hier am sterben. Klar, guck mal, ich sag es auch immer so, wenn die Leute helfen möchten oder Essen verteilen möchten, ist es trotzdem immer eine gute Sache. Ja, aber kommt darauf an, wie du es darstellst. Genau, sehr gut gesagt. Wenn du aber natürlich hier durch die Gegend rennst, so als einzelne Person und dann behauptest, ich bin eine Hilfsorganisation, weil du was machst. Essen verteilst oder mit Leuten ab und zu sprichst? Ja. Schau mal, ich würde mir zum Beispiel niemals anmaßen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier so viel verändert und ich habe hier so viel gemacht. Und wir machen echt viele Sachen am Bahnhof, ja, wirklich viele. Aber ich bin der letzte Mensch, der sich vor die Kamera stellt und irgendwie sagt, hey Leute, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Oder so Erfolgserlebnisse habe ich noch nie vor der Kamera gezeigt. Nein, du bist okay, du machst dich nicht groß, du lässt einen auch in Ruhe, wenn man sagt nein. Ja, du bist okay, ja. Nein, du bist halt auch normal, du machst dich nicht einen auf was weiß ich auf. Manche sagen, komm ich mit Junkies, dann laufen sie so fünf Meter von dir weg. Das ist natürlich dann auch sehr interessant, ja. Ja, mega. Das sind halt diese Berührungsängste, wo die dann sagen, ey. Ja, aber dann kann man doch nicht hier antanzen und sagen, ich will das hier machen und dann Berührungsängste haben. Das geht nicht. Aber guck mal doch zum Beispiel, die Leute haben immer so diese Vorurteile. Hast du dir die Hand gegeben, der heißt HIV positiv. Und jetzt durch den Handschlag kriegst du doch keinen HIV. Schon mal gar nicht. Weißt du? Und wie du schon gesagt hast, guck mal, wenn ich manchmal sehe, dir geht es nicht gut oder du bist gerade gestresst? Jetzt ist es okay, dann lässt man auch einen in Ruhe und so, ist nicht so stressig. Muss man auch machen. Und da darf man auch nicht sauer sein. Weißt du, was ich gesehen habe, was manche Leute machen? Zum Beispiel so, wie ich dich paar Mal erwischt habe. Ich nehme das null übel. Aber ich kenne Leute, die gehen ins Internet und sagen, ey, Alex ist voll arrogant, die ist voll... Nee, das hat nicht so arrogant zu tun. Aber weißt du, was man manchmal im Kopf hat? Weil wie gesagt, das, was ich jetzt bei mir habe, ist das, was ich besitze. Natürlich, ja. Das muss man sich ja erstmal irgendwie irgendwo mal vorstellen müssen. Selbstverständlich. Was weiß ich. Besteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist alles nicht so easy. Natürlich, ja. Und man ist halt auch mit sich selbst beschäftigt. Man muss verstehen, dass jeder auf der Straße sein Päckchen zu tragen hat und manchmal der Kopf einfach zu voll ist. Jeder hat auch sein Päckchen zu tragen, der nicht auf der Straße ist. Sowieso. Sowieso, ja klar. Ja. Also so hart hat man es jetzt auch nicht. Ja. Man macht es sich, wie es ist. Würdest du behaupten, du bist glücklich? Ja, das ist ganz normal, ja. Ja. Guck mal, Alex, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Dass ich noch tausend mehr Wünsche hätte. Schlaue Geschäftsfrau. Ey, was soll das alles? Das wäre doch das Beste, oder? Was soll ich mit einem fucking Wunsch? Ich wünsche, dass ich noch tausend Wünsche hätte. Aber sagen wir jetzt mal wirklich, du hättest nur diesen einen Wunsch und du dürftest keinen anderen dazu wünschen. Welcher wäre das? Und ich unsterblich wäre. Unsterblich? Ja, Mann. Okay. Das wäre schon so interessant. Weißt du, so wie Vampire, so ein Interview mit einem Vampir, so tausend Jahre später. Nicht lachen. Das wäre cool. Und sonst würdest du sagen, es kommen immer mehr Leute ins Bahnhofsviertel momentan? Oder nimmt es eher ab? Also was Kunden angeht, nimmt es eher sehr ab. Ja? Ich denke jetzt auch wegen Corona? Nein, nichts Corona. Weil sie Angst haben. Angst? Warum? Vor den Junkies. Ich meine, was hat sich seitdem verändert? Die Leute sind aggressiver geworden. Und wenn ein Kunde ist, stößen sich zehn drauf und so. Die Leute haben Angst. Also Kunden sind hier momentan heiß begehrt. Und du gehst nicht mehr anschaffen, Alex? Das geht doch gar nicht mehr. Es ist keiner mehr da. Ja. Und auch der Preis ist sehr, sehr runtergeschlagen worden, ne? Ah ja, klar. Wird alles runtergewirtschaftet, ja. Was ich auch immer wieder sehe, das ist auch sehr traurig. Aber es sind auch viele junge Kinder hier, ja? Nein, sind nicht. Okay, aber was ist mit den jüngeren Kindern dastehen? Weißt du, wenn du jetzt an der Kaiserstraße... Nein, die stehen doch nur vor dem Hotel, weil die da wohnen, Leute. Nein, aber an der Kaiserstraße. Letztens hat mich ein Mädchen angesprochen. Ach, die wohnen ja in den Hotels. Alex, guck mal mit den ganzen Menschen. Mit wem verstehst du dich hier so? Ein bisschen? Da haben wir mal zum Beispiel... Wenn ich viel Glück habe mit mir selber. Ja? Gibt es auch Tage, wo du dich teilweise selber nicht ertragen kannst? Nee. Gibt es nicht? Nee. Was ich noch gerne fragen würde, die Gegenüberstellung, die wir gedreht haben. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Wurde mit ihr. Wie fandest du das? Das war nicht okay, ja. War cool, oder? War cool, dich mit jemandem so auszutauschen. Ja. Ich wollte noch eine Sache diesbezüglich ergänzen. Nur weil Alex konsumiert und Alina jetzt clean ist, ist Alina kein besserer Mensch. Das sehe ich auch nicht so. Richtig. Aber ich glaube, viele Leute haben das so gesehen, ne? In diese Richtung. Das kann jeder so sehen, wie er möchte. Richtig, richtig. Aber ich möchte das von meiner Seite aus klarstellen, dass diese Gegenüberstellungen nicht so dazu dienen sollten, dass ein Mensch besser und ein Mensch schlechter ist. Jeder Mensch, wie Alex es schon sagt, sucht sich seinen Weg selber aus. Und bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass der andere besser oder der andere schlechter ist. Das ist ja scheißfreundlich von dir. Das hat mein Leben wieder ein So. Ja, wie gesagt, Leute. Bildet euch keine negativen Urteile über Menschen, die ihr nicht kennt. Genau. Und auch keine positiven. Richtig, ja. Guckt euch diese Videos an und klickt und macht Likes und so. Miam Miam. Miam Miam. Daumen hoch, abonnieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Leute. Es kostet euch nichts. Es ist für uns eine riesengroße Unterstützung. Ja. Und damit wir weiterhin solche Videos drehen können, gebt auf jeden Fall Gas. Supportet das mit einem Kommentar. Daumen hoch. Ja. Und hast du noch ein paar Abschiedsworte, Alex? Schönen Abend noch. Kurz und knapp gehalten. Miam Miam. Ja. 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 Ja.